Ja, hallo, Robert Gösselbauer hier. Gestern fand in Weisenegg der Speziallehrgang Kumite 2 statt. An diesem Tag haben wir uns mit verschiedensten Kumite-Übungsformen beschäftigt. Und eine davon möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Bei dieser Übung geht es darum, dass wir aus einer festgelegten Kackiertechnik, sprich aus einer Technik der klebenden Hände, eine beliebige Greiftechnik ausführen. Der andere Partner muss daraufhin spontan reagieren und mit einer entsprechenden Befreiungstechnik die Situation lösen. Der Verteidiger weiß zwar, dass er angegriffen wird, er weiß aber nicht, wie er angegriffen wird. Somit muss er spontan reagieren und hat keine Zeit, lange zu überlegen. Vielen Dank. Vielen Dank.